Wie man Spray aufträgt. Was benötigen wir? Spray, Leckerlis und eine Bürste. Bürsten Sie Ihren Hund. Bürsten Sie das Fell gegen den Strich auf. Das hebt das Fell und lässt das Spray bis auf die Haut vordringen. Vor allem bei Langhaarhunden ist dieser Schritt wichtig. Sprühen Sie den Conditioner mehrmals mit ca. 30 cm Abstand auf das Tier. Massieren Sie das Spray in die Haut ein. Belohnen Sie Ihren Hund mit einem Leckerli und Streicheleinheiten. Sie schnauben Sie das Spray.